Von wegen sexueller Nötigung. Ich habe es dir ja gesagt. Boah, ist das ein Biest. Ja, komm. Reg dich nicht auf. Vanessa hat doch inzwischen eingesehen, wie gemein ihre Intrige war. Ja, Lars Ruf ist trotzdem ruiniert. Also, bei ihr hätte ich bestimmt keinen Grund zur Eifersucht, oder? Oh, wer weiß. Das ist der Dragona unter den kranken Schwestern. Ach komm. Das Personal ist nur dazu da, um darauf zu achten, dass du dich schonst. Dir wurde eine Niere entfernt. Da solltest du jede Anstrengung vermeiden. Ich fühle mich aber schon wieder total fit und da frage ich mich halt manchmal, was ich hier mache. Also, wenn du schon wieder so rumquengeln kannst, dann scheint es dir wirklich besser zu gehen. Ich quengle nicht. Nein, gar nicht. Wirklich, Carla. Ich möchte nach Hause. Ja? Na, ihr zwei? Das ist gut, dass du kommst. Kannst du mal die Ärzte fragen, ob die mich heute rauslassen? Kannst du mal die Ärzte fragen. Ich möchte nach Hause, Och kann nicht alles aufzunehmen. Kannst du mal die Ärzte sagen.